und hiermit herzlich willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker mit Kronenhuts an den Wild West Hütten nicht Hüsten Hütten okay wir können wieder Kronen sammeln immer sagen ich schau mich erst mal ein bisschen da kommt der ja muss man sagen das war wohl jetzt mal oder auf einmal ich schau mich mal kurz um vielleicht immer eine bestimmte Aufgabe wie alle Scheingeister siegen so wunderbar da oben sind und sind da unten wie komm ich denn da unten rein hundert Treppe raus hast du schon wo wo ist ich dass ich das jetzt erstmal nicht aktiviere wunderschön und dann wunderschön und dann wunderschön ich muss sagen wir können uns schon mal die Vergeistern kronen das ist noch nennst und diamanten da oben ist diamant ja okay oh Mist das war knapp wir haben uns schon mal alle diamant und dann nur noch eins zusammen. Easy peasy, easy schniezel. Und so. Da 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 da. Level Bandit. Geisterjagd im Horror Express. Ready for adventure! Mit zwei Stirnlampen gleichzeitig ist ein Geist am Handumdrehen müssen. Ach ja. Geist am Handumdrehen... Geist am Handumdrehen... Daaa. Oh. Das geht wohl so. Oh, ich kann das nicht sagen. Ich würde Hakenheim. Wunderschön. Easy peasy hier. Gottsweidlam? Oh, jetzt kann man es fädeln. Okay, das war es easy. Ich mache alle Lichten an hier. Der Wischen. Oh, ich mache alle Lichten. 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 Das wäre richtig einfach. Nicht so. So, das kosmische Rätselrad. Och nö, keine Rätselräder bitte. Ich kann es wirklich so bezeichnen, aber es prägt nicht viel. Ah, flippe das zu. Ich kann hier rein. Ich gucke mich zu den Münzen. Da geht es auch noch mal mit Münzen weiter. Da komme ich nicht an den Diamanten. Das war jetzt blöd. Ah, verdammt. Ich habe mich einfach keinen einzigen Diamanten gefunden. Ich habe mich einfach keinen einzigen Diamanten gefunden. Ah, hallo. Das ist ein bisschen kompliziert hier. Puff. Schauen wir uns das mal in Ruhe an. Wir sind hier. Da unten ist schon mal ein Diamant. Wie komme ich denn da hin? Gebe ich dazu. Kick. Komme ich ma. Wie komme ich zu geben hin? In dem ich. Nice. Okay. Okay. M waist. Hey. Reicht. Ach, Mensch. Am Ende darf man hier keinen Schaden nehmen. Jetzt muss die da wechseln. Jetzt muss die da weg sind. So, that's right. Okay. Ich muss dann an den Diamanten ran. Ich muss hier irgendwann da oben... Also ich muss in dieses Loch da kommen. Wo bin ich? Bin hier. Ich muss jetzt mal da sind. Ich muss jetzt mal da oben gehen. Ich muss jetzt abtisch schön ankommen sein. Wird sowieso nicht. Ich bin total maximal verwirrt, ne? Ach so, komm ich rein. Okay. Wir müssen mal gucken, wie ich jetzt zu diesen Diamanten komme. So, wo war jetzt der letzte Diamant? Da oben. Da oben. Hm. Da oben. Da oben. Oh, da oben. Die Fähigkeit. Na unten. Da oben. Da oben. Da oben. Das oben. Da habe ich es gefunden. Dann habe ich das schon mal gemacht. Ich muss mal hier lagen, warte auf mich, weil es mir eh nichts gebracht hat. Ich muss mal hier lagen, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Was wäre meine Aufgabe gewesen? Ich habe 100 Münzen gesammelt. Ja gut, das mache ich dann auf Screen. Dann sage ich jetzt an dieser Stelle Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Gasterjagd. Auf der Baustelle bis dahin. Du, du, du. Ach, das dafür kann man ja noch vorschrecken. Auf Liebesbisschen. Okay. Bis zum nächsten Mal.